Spiegel Coaching – Erfüllt Leben Folge 1 – Das fehlende Puzzleteil finden Wie gebe ich meinem Leben Sinn? Wie finde ich Erfüllung? Wir leben in Zeiten, in denen wir selbst Antworten auf diese Fragen finden müssen. In unserer individualisierten Gesellschaft gibt es kein allgemein akzeptiertes Regelwerk mehr, wie einst die Bibel, das uns die Sinnfrage abnehmen könnte. Das eröffnet uns die Freiheit, Sinn für uns selbst zu definieren. Aber genau das ist eine manchmal beschwerliche Verantwortung. Einige Menschen schmieden große Pläne, wie sie aussteigen können aus der Mühle des Jobs, um ganz anders zu leben, vielleicht nachhaltiger oder mit mehr Zeit für sich selbst. Andere dagegen führen einen täglichen Überlebenskampf und halten Erfüllung für eine Luxusfrage. Doch die Frage nach dem Sinn taucht spätestens dann auf, wenn man durch irgendetwas aus dem Trott des Alltags geworfen wird, sei es eine Veränderung im Job, sei es das Ende einer Beziehung. Spätestens dann ist der Moment gekommen, darüber nachzudenken, wie man sein Leben wirklich gestalten will. Doch was kennzeichnet ein erfülltes Leben? Der Philosoph und Jesuit Michael Bort sagt, wer sein bestmöglichstes Leben führt, der lebt drei Ziele. Er ist selbstbestimmt, führt also ein Leben, das zu ihm passt. Er lebt in tiefen, erfüllenden Beziehungen zu anderen. Und er tut etwas, das ihm liegt und das für andere Menschen wichtig ist. Wie man diese Trias von Selbstbestimmung, Liebe und Arbeit füllt, ist total individuell. Dieses Coaching soll Ihnen helfen, sich in kleinen Schritten einem sinnvollen Leben zu nähern. Ganz realistisch und alltagsnah. Und ohne gleich alles über Bord zu werfen. Es geht vor allem darum, zu lernen, das Leben nach und nach an den eigenen Werten, Wünschen und Potenzialen zu orientieren, sagt Cordula Nussbaum. Sie ist Coach und Buchautorin und hat dieses alltagsnahe Coaching entwickelt. Auf dem Weg zu einem erfüllteren Leben verschaffen Sie sich zunächst Klarheit darüber, was Ihnen wichtig ist, aber was im Alltag zu wenig Platz findet. Auch wenn der griechische Philosoph Sokrates gesagt hat, ohne Selbstreflexion sei das Leben nicht lebenswert, so ist nicht jede Frage durch Selbstbefragung leicht zu beantworten. Deshalb soll die folgende Übung dabei helfen, das fehlende Puzzleteil zu finden. Spurensuche Mit den folgenden Fragen können Sie herausfinden, was für Sie Erfüllung bedeutet. Nehmen Sie sich Zettel und Stift und notieren Sie die Antworten oder gehen Sie in eine Art inneres Selbstgespräch. 1. Wenn Sie auf die vergangenen Monate zurückblicken, an welchem Arbeitstag waren Sie so richtig zufrieden? An welchem Tag haben Sie sich erfüllt gefühlt und gedacht, Sie machen hier etwas Passendes und Sinnvolles? Haben Sie einen Tag, eine Situation gefunden? Gut. Dann überlegen Sie jetzt, was so positiv war für Sie. Was passierte genau an diesem Tag? Was genau haben Sie gemacht? Was haben Sie erlebt? Notieren Sie drei Begriffe, die diese erfüllende Arbeitsqualität beschreiben. 2. Was war in den vergangenen Monaten oder Jahren der Tag mit Freunden, dem Partner oder Familie, der Sie am meisten erfüllt hat, bei dem Sie ein gutes Gefühl hatten und dachten, Sie machen etwas Passendes und Sinnvolles? Überlegen Sie auch hier, welche drei Begriffe diese Situation und Ihre Rolle oder Aufgabe darin beschreiben. 3. Was war in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren der Freizeit-, Ferien- oder Sonntagsmoment, der Sie am meisten erfüllt hat, in dem Sie spürten, dass Sie etwas Sinnvolles und Wesentliches machen? Überlegen Sie auch dafür ein paar passende Begriffe. Nehmen Sie sich nun die Begriffe vor, die Sie zu den drei Fragen gefunden haben. Welche Gemeinsamkeiten und Wiederholungen gibt es? Fassen Sie diese zusammen und analysieren Sie die Gewichtung. Falls es nur wenige Gemeinsamkeiten gibt, schauen Sie, welche Begriffe Ihnen besonders wichtig oder zutreffend vorkommen. Entscheiden Sie sich, wenn auch vorläufig, für ein bis drei passende Begriffe. Auf diese werden Sie später zurückkommen. Die nächste Folge dieses Coachings beschäftigt sich damit, wie man die richtigen Ziele findet. Denn nicht alle Ziele, die man sich setzt, sind realistisch und passend fürs eigene Leben. Spiegel Coaching – Erfüllt Leben Spiegel Coaching – Erfurt Leben Spiegel Coaching – Erfurt Leben